So, zum ersten Mal haben wir einen Weltmeister im Ring, ich darf einfach losen. Und wir sehen, dass du da bist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kommt jetzt vor, dass Haag erstmal ein Weltmeister in der Rundtourne war. Kurze Frage an dich, was ist deine Verbindung zum BSC Aspel? Hervorragend. Vom BSC Aspel soll ich den ganz herzlichen Gruß ausrichten, ein kleines Geschenk an dich. Danke sehr. Und was sind deine weiteren Tränen, was ist denn zu Ihnen vor? Prima. Da wünschen wir dafür alles Gute, rücken die Daumen und bleibt gesund. Dankeschön. Applaus 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 Hallo. Gut, dass ich dich treffe. Hör mal, du hast doch demnächst selbst einen Profikampf. Wir stehen hier in Hagen Haspel bei der Veranstaltung am 15.06. gegen Slomenz Russland. Ja, Russland. Ja. So, dann erzähl mal, stell dich mal vor, deinen Namen. Ja, ich bin der Czare Ermich, bin gebürtiger Wuppertaler, boxe aber für die EC-Box-Promotion aus Hamburg. Mein Trainer ist Oktay Urkald, Manager Errol Jeylan. Ja, ich bin hier heute in Hagen, wie man sieht, bei der Amateur-Box-Veranstaltung von meinen guten Freunden Hagen Haspel, um die zu unterstützen. Bin auch, wenn ich Zeit finde, oft hier zum Training, bei den Jungs, also wirklich gute Jungs und es macht immer Spaß, mit denen zu trainieren. Ja, am 29.06. diesem Monat boxe ich selber in Herden, Profikampf, mach da wieder einen 6-Runden-Kampf, war eine Zeit lang verletzt, bin 2012 WBF-Weltmeister geworden im Mittelgewicht, musste meinen Titel leider niederlegen und jetzt greife ich wieder von vorne an. Ja, wie gesagt, macht dort am 29.06. diesem Monat einen Haupt-, also einen Aufbaukampf, 6 Runden und will da wieder ins Geschehen eingreifen. Und den Hauptkampf dort macht Christian Hiller. Er macht dort einen WBC-Baltik-Titel, ist ein guter Titel, wenn ihr den holt, also das bringt ihn weiter nach vorne. Ja, wollen wir mal schauen, ich denke, das wird eine super Veranstaltung werden. Ich bedanke mich, dass du dich hier kurz vorgestellt hast und wir werden uns dann am 29.06. in Herden sehen. Auf jeden Fall. Danke. 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 Danke.